Von einem kleinen Finnen Der an Altersschwäche gestorben ist Wir müssen uns bewegen, Alpha Warte! Wir müssen uns bewegen, Alpha Warte! Halt die Schnauze! Ich weiß, dass die warten. Die können auch noch länger warten Immerhin leben wir Es le- Ich weiß nicht wo lang Schon wieder Es le- Ich weiß nicht wo lang Da ist eine offene Tür Vielversprechend Hier ist ein Loch im Boot Äh ehemaliges Hmm Where have we Where do we have to go? It's a miracle Scheiße wo lang man? Ach da Ach du Scheiße! Straßensperre ey! Markus, so geht das nicht weiter mit dir Ich glaube du musst aussortiert werden Das klingt falsch Das klingt falsch Ein bisschen Das war überhaupt nicht meine Absicht Nein Das tut mir total leid Das wollte ich nicht Hm sind hier Gegner? Nein da ist Coltrane Und jetzt sind sie bereit zum Schutz Du bist so widerlich Du perverse Sau Ja Das geht ihm die ganze Zeit voll durch den Arsch Und das stört das für ihn nicht Gut Ja Col Wo ist der scheiß Scharfschütze? Da oben Du mieser kleiner Bastard Dieses Video war meine Zeit wert Was? Er hat wirklich 85cm Bizeps geguckt Und der Bizeps wird immer mehr Ja Cool äh ich hab grad die Wand zersägt Erfolgreich Sage mal Bist du denn total behindert? Wollt ihr die totale Behinderung? Nein das wollen wir nicht Warum? Weißt du was mit der Wand passiert wenn du behindert bist? Ist aussortiert so wie Markus Fenix So Muss ich denn verständen? Nein Nein du warst grad nicht da Ah nein lass dich nicht zerreißen Hure Aaaaaaah Niemals auf der Hüfte schießen Kinder Denn ihr trefft Was geht? Wenn ich nicht ziele treffe ich Irgendwas ist falsch Irgendwas geht in diesem Spiel gewaltig falsch Ja du musst weder lang weil die finale richtig geht Wollen wir was zu sagen Aber echt gewaltig 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 wie mein Penis Ah Halt's ab Der kleine Taschenaal Diese dreckige Lache ne Ah Was ist denn hier los ey Weißt du was hier los ist? Frank ist los Boah Cole stöhne ich so wenn ich mich gegen dich presse Das hört sich von Grund auf falsch an Zuschauer werden verstehen was es war Ungeheime Kiecher Lululululululululululululululululalalala Das war Oh ne man, nicht schon wieder! Was hast du denn? Scheiss Jone, das ist gerade am Abnippeln! Das geht gar nicht! Abnippeln! Abnippeln! Was für ein Sniperparadies! Leck mir die Pupherze! Ich würd hier gern durch, aber das fette Vieh versperrt voll den Weg! Ich würd sagen, er gibt zu eins! Aber übrigens, Neil, du hast ja gerade nicht reagiert, ich hab jetzt ein schönes Snipergewehr, das du kennen solltest! Ein Mosin Nagant! Richtig! Wundervoll! Wunderbar! Wundervoll, wundervoll! Oh mein Gott, der Gegner! Es ist wunderschön! Zu viele von den Gegnern! Der Gegner! Ja, ich will's gar nicht herausfinden, ob ich sterbe, wenn ich hier runterjumpe! D zu den T zu den F! Wat? 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 Gott! Bist du tot? Gut! Bist du tot? Gut! Ja, Mann! Das ist bester Gamer hier am Start, man! So einen geilen Nicknames habt ihr nicht! Lass dich faschen! Frische Vollmilch! Bester Gamer haben wir einfach! Mh, ein Nickarmadensalat! Wollt ihr mich verarschen? Was? Hier ist einer von Ninjas in Pyjamas am Start! Wat? Gott! Von Ninjas in Pyjamas! Ninjas in Pyjamas! Bananas in Pyjamas! Das ist eine Möchtegern-Gruppe! NIP! Ninjas in Pyjamas! Ninjas in Pyjamas! Das hört sich so falsch an! Sagen wir mal, messern die immer nur? Nein! Dann sind sie ihres Namens nicht ruhig! Das sind eigentlich die originalen Ninjas in Pyjamas sind ein CSGO ESL Team! Arsche! Ich hab bis so damit gegnerischen Scharfschützen die Augen rauszuschießen! Ja, das ist saugeil, ne? Vor allen Dingen durch ihr eigenes Scope durch! Oh! Das fühlt sich dann immer so richtig mächtig an! Ja! Okay, ich bin richtig mächtig, Frank, aber... Mächtig schmächtig? Nein! Mein erster Kill in Sniper Elite war einfach mega mächtig! Elite! Nicht Elite! Light up! Sars schützen Elite Vergeltungswaffe 2! Spass! Wir reden hier über uns! Markus! Sie! Achso! Voll in die Popperze! Popperze schießen! Moment! Bumm! Der Käfer macht gleich Bumm! Oh! Bei dem Reim ist ihm ein Ass gegangen! Ja, verständlich! Ich hatte gerade das... Geh in der Kommt, du Stück Scheiße, Mann! Alter! Ich hatte gerade das minderwerteste Aiming, was... Oh! Der hat noch ein bitteres! Bitteres? Bittereres! Bittereres! Whatever! Ich hasse! Oh! 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 Ah! Denk mir hier! Der kam aus rein! Lock auf! Lock ich aus der Russen-Puperze! Bäh! What the fuck hab ich mich ersch... Kermit, take some prisoners! Hier ist Alpha! Wo zum Hänkern... Bin ich hier eine Musiker oder so? In deinem Arsch! Ja! Der Scheiße, Mann! Was machst du? Delta-Trupp ist im Haus der Souveräne! Ober! Großartig! Wir nehmen von Troikas auf eurem Dach fest! Booty-Trupper! Verstanden! Bleib ruhig! Wir scheiß nicht! Ich höre keine Troikas! Ihr müsst lügen! Delta-Aus! Ich lüge nicht! Das sind Kaliber 50... Das sind die Kaliber 50 Geschütze! Wenn die von dem Dach, das drei Meter über uns ist, schießen würden, würden wir die doch wohl hören! Der lügt! Das ist ne kleine Pussy! Wer zur Hölle hat das Tor aufgeschnitten? Mal ganz ehrlich! Stück Scheiße! Mit Ohren! Der legt mich hinter einem Sofa! Das langsam zerschossen wird! Super Deckung! Ja! Super Deckung! Super Markus! Supergeil! Supergeil! Ich sehe keine Gegner! Ich sehe keine Gegner! Es ist supergeil! Supergeil! Deine Mutter! Worauf schießt ihr Spasten eigentlich? Hier ist nichts! Worauf schießt ihr? Aus meiner Mutter ist überall Nürnfrau! Oh! Da rauf! Typ mit Gnäscher! 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 Schrotzgann! Schrotzgann! Ehhh! Nae! Neiiiiin! Neiinn! Neiinn! Nein Frank! Jetzt nicht. Es kommt ein Niederjähriges zu. Es kommt ein Niederjähriges zu. Aber ganz genau wusste ich das. Manchmal muss man einfach stoppen. Dann wurde es einer Zwölfer. Ich seh den Scheißdreck. Ich seh sie nicht. Ich seh nur Schüsse und Explosionen. Hast du gerade Schüsse oder Schüsse gesagt? Schüsse. Ich seh nur Schüsse. Ich seh nur Schüsse habe ich gar nicht verstanden. Seh nur Schüsse, die haben es nicht verdient zu leben. Ah, Russe! 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 Geh weg! Du bist ein Opernsänger. Du weißt, dass ich Musiker bin und Gesang ist mein Metier. Ja. Diesen Gesang wunderbar. Jetzt hat er auch noch einen Duden gefressen. Wäre ich? Ja. Nein. Mit ihr? Das hat sich angewidert krank angehört. Du wederst mich an. Du wederst mich an! Wie kann man so dumm sein? Frag Carmite. Er ist Experte darin. Deine Mutter ist Experte darin. Das auch. Hätt gern... Ich hätt gern noch so sechs Stolper fallen. Das wär echt nice. Hätt gern noch... Ein Team, das denken kann. Ein Team, das denken kann. Ja, das wär auch gut. Das wär mal so ne Abwechslung. Vom Normal. Weil... Ja, nimm die Deckung, die genau zum Gegner offen ist. Cool, du hast dich zersägen lassen und liegst nur auf dem Boden. Du bist echt ein Gott. Also, Erze, wenn man sich zersägen lassen kann und danach noch lebt... Cool, mein Team Kamerad... Ja. Wo man fängt mit so einer, äh... Mit so einer Pussygun an. Die einfach mal... Du kennst sie nicht, den Ausdruck? Was Pussygun? Das... Nein, nein, nein. Den warte gerade raus. Das ist Redneck-Logik. Das ist Redneck-Logik. Das ist Redneck-Logik. Naja. Und irgendwann schießen sie sich gegenseitig mit Kaliber 50 ab. Wenn du dreimal täglich ins Bein schießt, bist du irgendwann im Unterjährigen. Ja, aber ich kann Bein mehr, aber du sparst. Beine, wer braucht Beine? Du musst eh noch Oberkörper und Bizeps trainieren. Ja. Keiner braucht Beine. Es geht darum, Kraft zu demonstrieren. Bäm! Verpiss dich, Crew! Ich möchte außerdem noch hinzufügen, dass man im Club lediglich den Oberkörper sieht. Da hat man grad voll ne Laune in die Freude geschossen. Ähm, Sebi denkt an sich zu beschweren, wie lange denn so ein Part geht. Der hat mir grad voll ne Laune in die Fresse geworfen. In die Fresse? Nein. Ich bin froh, dass du grad in die Fresse geworfen und nicht geschossen hast. Der hat mir voll ne Fresse geschossen ins linke Nasen noch rein! Der hat mir voll ne Laune in die Fresse gegeben. Besser? Zufrieden? Gut. Ja. Boah. Ihr dreckigen Schweine. Wir sind keine Schweine, wir sind scheiße! Ja, das weiß ich. Das hab ich auch niemals angezweifelt. Das war nur ein Versehen, dass ich grad scheiße gesagt. Jaja. Lalalalalalalalalalalalalalalala So, Typ mit Gnesha muss sterben. Typ mit Gnesha lebt noch. Das ist ein Fehler in der Matrix! Wow. Deine Mutter ist ein Fehler in der Mal. Oh Gott. Alter, was ne Kraft hat die Wummel, die ich hier grad benutze. Die hat den Typen grad in der Hälfte aufgesplittet. Mit nem Schuss. Aus ner Pistole. Ins Gesicht vom Mike! Oh Mann! Guckt euch diese Scheiße an, ja? Er ist weg. Er ist despaunt. Steht, Jungs! Ich komme in Frede! Irgendwas hat grad hart hier knackt. Einem? Hm. Eine Troika. Ich wette ich schaff's daran vorbei. Nicht! Nicht! Habe Granaten? Ich habe drei Granaten. Soweit kann ich die nicht werfen. Rennnnnnn! Rennnnnnnnnnnnn! Spaß! Was kannst du? Schonmal nicht reden. Hörst du wie deine Teamkameraden stöhnen? Voll die Orgie hinter dir! Du machst dich mit! Was kannst du? Fedest mich an! Da fedest mich an! Da fedest mich an! Marcos Felix! Wer war das? Das war meine Wenigkeit, ich musste mich gerade feiern! Zwei Siegelschüsse, vier Abschüsse! Nice! Einfach alle schön hintereinander! TAK! TAK! Das heißt JA! Plankiert sie! Ja! Um einen anderen sehr guten Let's Player zu ihren! Ich möchte darauf hinweisen, wenn du es gerade an mich richtest, war das mit realen Spielern ein Spiel! Ich hab über Plank geredet, du bist kein Let's Player! Klappboden! So, tägliche Ladung Blut im Gesicht!